Guckt euch das Elend an hier. Das ist doch wieder der Hitler in Monterojo. Der zehnte Viertel. 9 Uhr und 14 Uhr. Hier geht die Post ab. Die Servicetechniker waren gestern da mit ein paar Mann haben wir auf der Straße diskutiert. Tja, hilft alles nichts. Gestern Abend hatten wir auch schon Explosion.